Schön, dass du wieder hier bist, Patrick hier wieder. Wie du siehst, es ist mitten in der Nacht, es ist extremst kalt draußen, deshalb die Kapuze. Und in diesem Video soll es darum gehen, was machst du, wenn du komplett verwirrt bist von all dem Wissen, was du aufgenommen hast, über Bücher, über YouTube, über Seminare, von Coaches, von Gurus, von Lehrern, von Trainern und so weiter. Was machst du jetzt mit all dieser Verwirrung, weil du zum Teil Inhalte gehört hast, die sich grundlegend widersprechen? Was davon ist jetzt richtig? Was ist falsch? Woran solltest du festhalten? Was solltest du wegwerfen? Was ist korrekt? Was machst du mit der Verwirrung? Das ist Thema dieses Videos hier. Und ich hatte kurz vor Silvester eine Instagram-Story gemacht und ich möchte hier zwei Beispiele nehmen, an denen ich dieses Video gerne orientieren würde. Das erste Beispiel für Verwirrung ist, dass es mindestens zwei grundlegend konträre Paradigmen gibt in Bezug auf Veränderung. Und das erste Paradigma ist, die einen Menschen sagen, bleib wie du bist. Die anderen Menschen sagen, veränder dich, bleib nicht wie du bist, werde der, der du sein willst. Die einen sagen, bleib wie du bist. Die anderen sagen, stacken dir niemals. Diese beiden nahezu komplett konträren Aussagen. Sind die jetzt beide falsch? Sind die beide richtig? Ist einer davon richtig? Was machst du jetzt damit? Was machst du mit diesen Widersprüchen? Zuallererst möchte ich dir sagen, die meisten Menschen, die diese Videos schauen, erwarten sich jetzt eine schwarz-weiß-Antwort. Sie erwarten, das ist richtig, das ist falsch. Aber genau dieses richtig-falsch-denken, dieses schwarz-weiß-denken, ist Teil des spirituellen Dilemmas der dualistischen Weltanschauung. Im Leben ist nicht alles nur schwarz und weiß, richtig-falsch, sondern es gibt sehr viel Grau dazwischen. Und genau über dieses Grau möchte ich hier reden, denn beide Antworten, sowohl bleib wie du bist, als auch verändere dich und werde der, der du sein willst, sind vollkommen korrekt, stehen aber in absoluter Abhängigkeit dessen, wo du gerade in deinem Leben stehst. Was soll das jetzt wieder heißen? Also, stell dir vor, ich gehe jetzt, ich nehme hier jetzt sehr reißerische Beispiele, einfach damit sie hängen bleiben, kognitiv. Stell dir vor, ich gehe jetzt hier über die Straße und mir kommt gleich ein Obdachloser entgegen, mit einer Flasche Wodka in der Hand, dem es sichtlich ungut geht. Und du siehst vielleicht, oder man sieht vielleicht in seinen Augen, dass das nicht das Leben ist, was er sich ausgesucht hat oder was er sich vielleicht gewünscht hat. Wenn dieser Mensch mir entgegenkommen würde, dann wäre dir Tipp, bleib wie du bist. Vielleicht nicht der ideale Tipp für ihn. Denn wenn ich zu diesem Menschen sagen würde, bleib wie du bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn er sich überhaupt was annehmen würde von anderen, dass er genau das als Excuse nimmt, als Ausrede, um weiterhin zu stagnieren und nichts in seinem Leben zu verändern. Dieses bleib was du bist, von mir, in seiner konkreten Situation, würde dazu führen, dass er sich wahrscheinlich die Flasche Korn nimmt, weiter trinkt und denkt, gib ihm. Wieso soll ich mich verändern? Wenn ich jetzt jedoch irgendjemanden habe, ich nehme jetzt mal Elon Musk. So, und Elon arbeitet 80, also falls du die nicht kennst, der Gründer von Tesla, von SpaceX, von Neuralink, von PayPal, glaube ich auch. Dieser Mensch hat Unglaubliches geleistet, aus unternehmerischer Sicht und ist Vorbild für viele Hustler in der heutigen Zeit, die ebenso viel erreichen wollen, weil sie sich gegebenenfalls über die Erfolge im Außen als Mensch und mit ihrem Wert definieren. Derselbe Mensch, Elon Musk, hat aber beispielsweise auf einer Konferenz in Dubai gesagt, dass sein Leben nicht besonders gut ist und er nicht denkt, dass er selbst mit sich tauschen wollen würde. Ich meine, das waren in etwa seine Worte. Wenn dieser Mensch jetzt vor mir stehen würde, zu dem würde ich wahrscheinlich schon sagen, hey, mach mal entspannt. Mach nicht so viel Gas. Nimm dir mal Urlaub. Lehn dich mal zurück. Nimm dir mal Zeit für deine Familie. Das wäre etwas, was ich Elon Musk sagen würde. Das wäre aber nicht etwas, entspann mal, mach nicht so viel, was ich dem Obdachlosen sagen würde. Das heißt, während ich dem Obdachlosen zur Veränderung motivieren würde, würde ich Elon Musk, und das hat jetzt keine Wertehierarchie, diese Skala, die ich hier anzeige, würde ich Elon Musk sagen, hey, du musst gar nicht so viel machen, um gut zu sein. Du kannst ja auch mehr Zeit für dich nehmen, für deine Familie und für deine Freunde und du bist immer noch genauso gut wie vorher. Denn in dem Moment, wo Elon Musk sagt, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, ist alles super, aber Erfolg ohne wahre innere Erfüllung ist an sich doch Misserfolg, oder nicht? Das heißt, auch hier hätte Elon Musk offensichtlich aus spiritueller Sicht noch enormes Wachstumspotenzial, genau wie der Obdachlose, aber auf grundsätzlich verschiedenen Ebenen. Das heißt, beide Tipps, fahr mal einen Gang runter und entspann dich, du bist gut wie du bist und krieg mal den Arsch hoch und verändere dich und mach was aus dir. Beide Tipps sind Gold wert in dem Moment, in Abhängigkeit dessen, wo diese Person gerade steht. Und wenn du jemand bist, der sich verändert und vielleicht auf der Spirale, jetzt nach Spiral Dynamics gesehen, bergauf wandert, dann wirst du feststellen, dass sich Wahrheit auch im Laufe der Veränderung verändert. Das heißt, Wahrheit ist nichts Statisches. Was für dich heute wahr sein kann, kann für dich in fünf Jahren unwahr sein. Und was für dich heute unwahr sein kann, kann für dich in fünf Jahren wahr sein. Ich möchte dir das zweite Beispiel nennen, hier in diesem Video, womit ich selber auch im privaten Umfeld sehr viel Kontakt habe. Also, es gibt Menschen, die suchen generell, per se, wenn irgendwas passiert, die Schuld, die Verantwortung oder ähnliches bei anderen. Bei jedem Gegenüber, bei ihrem Chef, bei ihren Freunden, aber nie bei sich. So, wenn das passiert, dann höre ich gerade von diesen Menschen ganz oft den Satz, ja, pass auf, es geht nicht um mich hier. Es geht hier nicht um mich. Ich muss einfach eine Person finden, die mich mit meinen Ecken und Kanten liebt, so wie ich bin. Dann wiederum gibt es die zweite, ich werde gleich was dazu sagen, dann gibt es die zweite Personengruppe. Die zweite Personengruppe arbeitet hart an sich, macht Selbstreflexion, meditiert, um mehr in die innere Mitte zu kommen, versucht den Schatten zu integrieren, versucht die Schattenseiten an sich selbst zu konfrontieren und arbeitet nahezu perfektionistisch an sich. Diese Person, wiederum, würde, der würde es sehr gut tun, wenn ich dieser Person, der zweiten Person, sagen würde, hey, entspann dich mal, sei nicht so streng mit dir selbst. Es geht darum, dass du jemanden findest, der dich mit deinen Ecken und Kanten liebt, auch wenn du nicht perfekt bist. Dieser Satz, genau dieser Satz, den zufällig die erste Person, aber regelmäßig in den Mund nehmen würde, ist für die erste Person tödlich. Denn für die erste Person hält genau dieser Satz, ich muss mich nicht verändern, ich muss jemanden finden, der mich so liebt, wie ich bin, ab von der eigenen Arbeit an sich selbst, von der eigenen Selbstreflexion und von dem Konfrontieren mit dem eigenen Schatten und mit den eigenen dunklen Seiten in sich selbst. Das heißt, derselbe Satz, du musst jemanden finden, der dich liebt, wie du bist, ist für den einen Gold wert, für den anderen ist es teuflisch. Und das ist wichtig zu verstehen, ist dieser Satz jetzt richtig oder nicht? Natürlich ist der Satz richtig. Jeder Mensch sollte einen Menschen finden, der ihn so liebt, wie er ist. Der Satz ist vollkommen richtig. Aber der Satz wird falsch in dem Moment, wo man den Satz als Ausrede dafür nimmt, nicht an sich zu arbeiten, die Schuld nur im Außen zu suchen, weil man sagt, ja, ich bin halt so, wie ich bin und ich gucke gar nicht auf mich, dass ich irgendwas falsch machen könnte, ich warte einfach nur, bis ich den finde, der mich trotzdem so liebt, wie ich bin. Denn dann ist es nur ein Excuse, dann ist es eine Ausrede und dann führt das nicht zur Entwicklung spirituell von dir als Mensch, sondern zur Stagnation. Und das ist nicht das, was wir wollen. Das heißt, was ich dir hier in diesem Video vermitteln möchte, ist, Wahrheit ist immer abhängig von dem Standpunkt, von dem du selbst ausgehst. Deshalb sind sehr viele Sachen, die du bei YouTube siehst, in Büchern liest etc. Nahezu, das ist auch wieder schwammig, aber sehr viele davon sind richtig, sehr viele davon sind inhaltlich korrekt, aber sind komplett abhängig von dem Punkt, an dem du gerade stehst, wo du gerade bist. Und wenn das interessant für dich ist, dann habe ich ein Coaching für dich, und zwar das Life Transformation Coaching, wo ich all das, was ich je gerade erzählt habe, komplett chronologisch für dich erarbeitet habe. Das heißt, ich gebe dir je in Abhängigkeit von genau dem Punkt, an dem du stehst, die richtigen Werkzeuge, um auf das nächste Level zu kommen. Und ich sage nicht, hey, ich habe den goldenen Satz, ich habe die goldene Technik, und die trifft zu auf alle Menschen da draußen, sondern ich gucke genau, wo stehst du als Mensch, und je nachdem, wo du stehst, gebe ich dir komplett unterschiedliche Techniken, Tools und Anregungen, um dich weiter nach oben zu entwickeln. Wenn das interessant für dich klingt, klicke unter diesem Video auf den Link. Ich freue mich drüber. Schau dir das Video an, klicke in das Formular, fülle das Formular aus vor allem, und dann werde ich dich bald anrufen. Wir hören uns bald. Ich wünsche dir nur das Beste. Mach es gut. Bis dahin. Adios.